Die Oma wird nicht geschubst. Der Eberhofer Podcast vom Telestammtisch. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zu unserer Besprechung von Dampfnudel Blues, beziehungsweise zur ersten Folge unseres kleinen Podcastprojekts Die Oma wird nicht geschubst. Und das habe ich jetzt komplett verkackt, weil ich bin kein Bayer, ich bin kein, wie es heißt, Native Speaker, ich bin Rheinländer und trotzdem bin ich großer Fan der Eberhofer-Reihe. Wer ebenfalls ein großer Fan der Eberhofer-Reihe ist, aber nicht von mir, sind die Kathi und die Therese. Hallo, ihr beiden. Das ist das Akkurateste, was du deinem Leben, glaube ich, gesagt hast. Ich kann dir nur zustimmen. Ja, das ist schön, wenn man einen Podcast mit guten Freunden macht, da fühlt man sich immer gleich geborgen und aufgehoben. Ja, das ist die Stimmung so gut und alle nehmen sich die Hände und tanzen im Kreis und alles ist fröhlich und Regenbögen und Glitzer und ja. Das ist unsere bayerisch-österreichische Art, genau. Wo bin ich hier noch reingeraten? Naja, ihr Lieben, wir drei sind alle durchaus große Eberhofer-Fans. Die Theresia, würde ich aber mal verorten, ist der größere Fan. Zum einen einfach aus geografischen Gründen und zum anderen, weil du auch die Bücher gelesen hast, oder? Ja, also nicht alle, aber sehr viele. Von ein paar habe ich nur die Hörbuchfassung mitbekommen. Ja, aber Lesen mit dem Ohr ist immer noch Lesen, finde ich. Wenn Sie jemanden lesen mit dem Ohr, ist immer noch Lesen. Ich habe ein Buch gelesen, das wurde auch nicht verfilmt, Swechken Dutchie Komplott, wie hieß das? Wunderschönst du. Dankeschön. Aber Theresia, kannst du uns eben kurz erklären? Du als Romankennerin, gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Figuren, wie wir sie im Film sehen und den Figuren in den Büchern? Ja, eine Frage. Es ist lange her, dass ich Bücher gelesen habe oder die Hörbücher gehört habe, aber es gibt ein paar Unterschiede, was sich einfach dazu ergibt, dass die Reihenfolge der Verfilmung nicht so ganz eng gehalten wurde oder eben auch manche Bücher weggelassen worden sind, da es verfallen dann natürlich ein paar Sachen, die in den Büchern passiert sind, weg. Generell beim Lesen hat man ja auch immer eine Vorstellung, wie die Charaktere ausschauen. Ich muss sagen, ich hatte am Anfang beim Lesen ein komplett anderes Bild von Franz Eberhofer als nachher, wo ich dann Sebastian Betzel gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, das passt nicht mit der Forschung überein, was ich im Buch gelesen habe. Aber wie hast du ihn vorgestellt? Das würde interessieren. Also ich weiß nicht, so im Buch klang irgendwie so gefühlt noch mal so zehn Jahre älter und noch etwas korpulenter, noch gemütlicher, würde ich sagen. Also so mehr eingesessener Dorfscherife, wenn sie das einstellen. Also ein Hauptpunkt, der mir jetzt halt immer auffällt oder was ich mir halt gemerkt habe, ist eben der Vorgesetzte von Eberhofer, der Dienststellenleiter Moracek, weil der ist in den Büchern eigentlich Richter. Den haben sie da irgendwie zum Polizisten gemacht in den Filmen. Vielleicht auch, weil es eben mehr Sinn macht, dass die dann mehr interagieren miteinander. Haben sie ihn degradiert? Ich weiß nicht, ob er degradiert nicht, weil ich glaube, vom Richter zum Polizisten kommen, die degradiert werden. Ja, theoretisch halt. Was ja auch ganz interessant ist, ist, dass der erste Teil ja wirklich noch für das deutsche Fernsehen produziert worden ist und kam dann aber trotzdem in die Kinos, hauptsächlich wohl in Bayern und ist dann, glaube ich, auch zwei, drei Monate nach der Kinopremiere im Fernsehen gelaufen und dann begann die Karriere. Denn wir haben, glaube ich, seitdem jedes Jahr einen neuen Eberhofer-Fall im Kino. Natürlich jetzt wegen Corona hat sich da ein paar Sachen natürlich verschoben. Aber es ist aktuell eine der erfolgreichsten und auch langlebigsten deutschen, ich nenne es mal Franchises, weil du hast ja Bücher, du hast Hörspiele und du hast Filme. Also es ist ein Franchise. Und das ist ein Erfolg, dem ich der Reihe durchaus gönne, denn ich wurde zum Fan. Und da jetzt meine nächste Frage. Wie habt ihr denn eigentlich, oder wie seid ihr zu Eberhofer gekommen, Kati? Erzähl mal. Das ist eine verdammt gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß, meine Mama hat aber Bierflügel gelesen und wahrscheinlich eh durch die Therese. Vorher bin ich wieder schuld, aber so lange haben wir uns schon gesehen. Das ist was Gutes. Aber ich glaube wirklich durch die Filme, glaube ich durch dich, weil du die geschaut hast. Und dann habe ich meine, die sind toll. Und dann habe ich ja auch irgendwann mal, wie ich im Außer-Zwesterf Schweden war, habe ich dann alle gefangen, die ganzen Teile nachzuschauen. Und dann nach dem ersten war ich gehuckt und habe die alle weitergeschaut. Also ich glaube, das war ganz unspektakulär bei mir. Ja, bei mir auch. Das war halt bei uns dann halt so irgendwie in aller Munde, dass es halt diese Bücher gibt und so. Und dann hat, ich glaube, ich habe mir die von einer Arbeitskollegin geliehen und habe da dann irgendwie halt auch so die gut am Stück gelesen. Oder halt dann nachher gab es halt nur noch, also hatte sie dann auch nur die Hörbücher und dann haben sie gesagt, nee, Hörbücher reicht. Und habe mich dann auch sehr gefreut, wo ich gehört habe, dass da ein Film, also der erste Teil verfilmt wurde. Was ich aber halt eben komisch fand, ist, dass die halt nicht mit Buch 1 angefangen haben, sondern mit Buch 2. Genau. Und das erste Buch ist Winterkartoffelknödel, meine ich. Und das ist aber der zweite Film. Das ist fast so kompliziert wie bei Star Wars. Aber auch nur fast. Auch nur fast, genau. Ist das ohne Lichtschwerter, sagen wir es nicht so. Das fehlt mir beim Eberhofer noch. Ja, so die Laserpistolen und ein bisschen die Raumschlachten, aber ansonsten. Nee, ganz ehrlich, das Lichtschwert, das wäre für den Ideal, weil er könnte sich den Leberkäs abschneiden und ihn gleichzeitig abmachen. Stimmt, stimmt, ja. Das ist ja dann auch die, weil er einfach mit dem Leberkäs schneidet und dann, ja. Ja, ich kläre mal kurz auf, wie ich zu Eberhofer gekommen bin. Tatsächlich, ich habe ja noch mit meinen Kollegen Max und Andi ein anderes Podcast-Projekt, den Telehorst, und da hatten wir mal das Thema mittelmäßige Filme. Genau. Übrigens, die Kathi könnt ihr auch hören bei In the Mood for Movie. Da werdet ihr niemals eine Eberhofer-Besprechung hören, aber Kathi und Paul. So, Werbung Ende. Und ich hatte davor noch keinen dieser Filme gesehen. Ich wusste auch gar nicht, worum es geht. Ich hatte immer den Namen Eberhofer gehört. Und glaubst du nicht, ich dachte immer, Eberhofer ist der Ort, in dem es spielt. Es geht um Franz in der Kalten Kirchen in Eberhof. Ja, genau. Ja, so ungefähr. Wie gesagt, ich kannte halt, also ich habe den Begriff Eberhofer gehört und ich kannte halt die Plakate. Denn die sind relativ markant, weil sie halt total simpel sind. Es sind immer der Franz Eberhofer und der Rudi Birkenberger sitzen zusammen am Tisch. Manchmal ist auch die Susi dabei oder der Ludwig, das ist der Hund. Und dann halt diese total, sei mir ehrlich, seltsamen Titel. Also Dampfnudelblues, Winterkartoffelknödel, Kaiserschmarrndrama, Re-Ragout-Rendezvous. Das sind halt einfach Titel, wo man sich erstmal so am Kopf kratzt und denkt sich so, was soll das? Aber auf jeden Fall war das Thema beim Horst, mittelmäßige Filme. Und dann habe ich halt recherchiert und dann habe ich herausgefunden, dass dieser Film bei einigen Seiten, IMDb, Rotten Tomatoes, keine Ahnung wie die alle heißen, eher so mittel angekommen ist. Also habe ich mir ihn angeguckt. Und ich habe ja schon gesagt, dass der erste Teil ein Fernsehfilm ist. Und das sieht man auch, wie ich finde. Danach wird es besser. Aber der erste Teil, es hat eine kleine Fernsehfilmoptik, wie ich finde. Und fand den aber okay. Und dann habe ich mich mit Theresia unterhalten. Und dann hat Theresia dieses Türchen aufgemacht, dieser Eberhofer-Welt. Also man kann sagen, Theresia ist so unser Eberhofer-Joda, nur mit besserer Grammatik. Und dann kam irgendwie Weihnachten. Und an Weihnachten kam irgendwie auf allen dritten Programmen immer irgendwie ein Teil. Genau. Und so habe ich nach und nach diese Filme gesehen. und war dann mein Google-Höf-Beschwader, war der erste Eberhofer, den ich im Kino geguckt habe. Und ich habe in diesen zwei, drei Jahren jetzt bestimmt jeden Teil aus der Google-Höf-Beschwader Minimum dreimal gesehen. Zum einen, weil sie halt oft im Fernsehen kommen. Ich gucke keinen Fernseher, aber das heißt halt eben, wenn einer im Fernsehen kommt, kannst du den dann drei, vier Wochen danach in der jeweiligen Mediathek sehen. Und Netflix hat sie relativ oft im Programm. Und es sind einfach, es ist so Soul-Food-Filme, würde ich sagen. Ich glaube auch Google-Höf-Beschwader war auch der erste, den ich im Kino gesehen habe, mit der Therese, wie sie besuchen war, im Freiluft-Kino. Stimmt, ja. Wo es regnet hat. Ja, wo es regnet hat. Sehr schön. Gut, dann hätten wir jetzt geklärt, wie wir zu Eberhofer gekommen sind. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir jetzt mal noch ganz grob, bevor wir uns dann wirklich an den Film an sich stürzen, mal ganz grob mal die Hauptfiguren vorstellen würden. Ich würde vorschlagen, ich nehme jetzt einfach die Namen und ihr beide versucht zu erklären, wer das ist. Oh Gott, ja. Okay, habt ihr Lust auf dieses tolle Spiel, ja? Ja, absolut. Gut. Bin voll dabei. Gut. Dann fangen wir mal an mit dem von Sebastian Betzel gespielten Franz Eberhofer. Wer ist das? Was macht der? Was zeichnet ihn aus? Also, er ist Polizist in Niederkaltenkirchen. Oh, er liebt Leverkars. Ich weiß nicht, das ist schon das letzte Mal. Nein, also, er war mal Polizist in Berlin. Nein, nicht in Berlin, in München. In München, also nicht übertreiben. Und er wurde dann strafversetzt nach Niederkaltenkirchen, hat eine On-Off-Beziehung mit seiner Freundin, der Susi, und wohnt auf einem Bauernhof mit seiner Oma, seinem Dad. Ja, ist halt so der Dorfpolizist in Niederkaltenkirchen. Er hat auch noch seinen besten Freund, den Hund, also einen Ludwig, mit dem er immer seine Runden dreht. Und er wohnt zwar auf dem Hof, aber in so einem umgebauten Saustall. Also, so ist er schon eigen. Also, er wohnt nicht mehr in seinem Kinderzimmer. Und ich glaube aber mittlerweile, daugt ihm das, dass er hier in Niederkaltenkirchen ist. Da passiert halt nicht so viel. Da ist er halt aufgewachsen, da kennt er alles. Und er ist gar nicht so ambitioniert, wieder irgendwo höherrangig aufzusteigen in seiner Karriere. Ja, das ist wirklich wahr. Das finde ich so schön an dieser Figur, dass die so komplett in der Gegenwart lebt. Und so die Vergangenheit, da macht er sich keine Gesorgen drum. Und die Zukunft, da denkt er sich halt einfach so, ja, es wird schon was passieren, was passiert. Und dadurch, dass er auch sich nirgendwo, sag ich mal, anschleimen will oder muss, ist er halt sehr, wie soll ich sagen, manchmal wirkt das schon wie ein Arschloch. Aber es ist gerade so, diese Art seines Charakters, die ihm dabei oft hilft, diese Mordfälle aufzuklären. Und das ist ja das Schöne dabei. Es ist, glaube ich, der Ermittler, bei dem ich immer das Gefühl habe, wenn er den Mörder nicht kriegen würde, wäre es ihm auch egal. Ja, es ist diese, ja, rutschen wir in Pugel-Ovi-Haltung. So, ja, da ist jetzt halt ein Leichen, ja, ich muss da jetzt halt arbeiten. Das liegt mir mein Vorsitzender irgendwie im Ohr, aber das interessiert mich auch eigentlich nicht. Und ja, mache ich halt so halbherzig und eigentlich will ich eh nur Leberkasse essen. Dann haben wir schon die Oma erwähnt, die in dem ersten Teil noch von Ilse Neubauer gespielt wird. Aber im zweiten Teil hat es dann eine andere Darstellerin und dem Vater, Franz Eberhofer Senior, gespielt von Aisy Gulb, ein Althippie. Und das haben wir noch gar nicht erwähnt. Der hat ein kleines Hobby, nehmt über zwei Hobbys. Das eine ist Beatles, hören wir mal. Da steht der Sohnemann gar nicht drauf. Der Sohn ist mehr so Eisy-Disy und Motorhead. Und er hat eine kleine Hanfplantage. Und auch das ist irgendwie schön, weil wenn man hört, Dorfpolizist in Bayern, da denkt man erstmal an irgendeinen konservativen Typen, der gerne Weißbier trinkt und Leberkäs isst. Und das tut der Franz Eberhofer. Aber ich halte ihn trotzdem für gar nicht so konservativ, weil, dass sein Dad da irgendwie Cannabis anbaut, ist ihm ziemlich egal. Ja, es ist auch so, privates Beruf ist drin, oder? Wenn er zu Hause ist, ist mir das scheißegal, was sein Dad macht, weil er ist ja nicht im Dienst. Und einen Finger zu viel rühren, tut er eh nicht. Deswegen. Ja, Hauptsache der Papa spielt nicht so laut seine Beatles-Platten. Das ist so aggressiv. Sonst ist schießt den Plattenspieler. Ja, der Papa Eberhofer, das ist immer so mein Highlight in den Filmen, weil der Schauspieler macht das wirklich sehr gut. Und der Papa Eberhofer ist halt wirklich so ein typischer bayerischer Dad, würde ich auch sagen, der wo halt, ja, außer wenn er sich aufregt, ist es der nicht so der gefühlvollste Mensch. Also dass er halt sagt, der Sohn, ich hab dich lieb, das kommt sehr selten vor. Und der ist auch irgendwie in den 60er, 70ern hängen geblieben. So mit der ganzen Einstellung, mit so einer ganzen Problemlösungsideologie und generell ist der halt irgendwo mal hängen geblieben und seitdem lebt er halt. Das ist so, Mom, it's not a face. Bei ihm war es wirklich keine Phase. Ja. Und man muss ja das sagen, also er hat eben, ich würde mal behaupten, seine große Liebe eben verloren. Also die Mutter von Eberhofer ist bei seiner Geburt gestorben. Deswegen wachsen die heute ohne Mutter auf. Aber dafür gibt es halt die Oma noch. Ja. Ich muss auch sagen, ich hab lange dafür gebraucht. Ich glaube, da hat mich auch dann Theresia aufgeklärt, weil ich echt nicht verstanden habe, wie jetzt genau die Verhältnisse sind. Und weil so wie die interagieren, hätte ich es auch für realistisch gehalten, wenn er einfach der ältere Bruder gewesen wäre. Den es ja auch gibt. Es gibt, genau. Es gibt einen Bruder, das ist der Leopold. Der hat eine Katalogbraut, sagen wir es mal. Und die ist schwanger und hat jetzt ein Kind bekommen. Das ist die, also das Kind heißt Uschi. Es wird aber Susushi genannt. Das ist dann so, wo man sagt, so, das ist dann, so, aber der Franz kümmert sich ganz liebevoll, was heißt liebevoll jetzt auch übertrieben, aber er kann mit dem Kind ganz gut. Also er muss es halten, weil das Kind wenig schreit. Also das Kind liebt anscheinend halt eher Franz. Also sobald es ein Franz sieht oder bei ihm ist, ist das Kind still und sobald es der Papa nimmt oder wie anders das Kind, dann schreit es. Und sein Bruder ist halt auch so das komplette Gegenteil von ihm. Also so ein hochnäsiger, Stock im Arsch-Typ, der alles ganz ernst nimmt. Irgendwie ist es zu Franz, der halt, wie wir schon gesagt haben, so, ja, das Leben ist, wie das Leben ist und wie schon ihm gepasst. Also die sind so komplett Tag und Nacht eigentlich. Wir haben jetzt noch ganz viele andere Figuren und die werden wir uns alle noch gleich kümmern, aber eine Figur müssen wir noch ganz, ganz dringend erwähnen. Das ist nämlich der zweite große Star, zumindest wenn es von den Postern her geht, nämlich Simon Schwarz als Rudi Birkenberger. Und das ist sein ehemaliger Kollege, der mit dem Franz damals einen Kinderschänder halt, die in Anführungszeichen Eier weggeschossen hat und weil der Franz sich entschuldigt hat, wurde der noch strafversetzt. Der Birkenberger hat sich nicht entschuldigt und es hat gefeuert worden. Und der arbeitet im ersten Teil als Kaufhausdetektiv und hilft dem Franz halt so ein bisschen bei den Ermittlungen, weil sie beide haben halt noch gute Kontakte in die Münchner Kriminalszene, zum Beispiel zu diesem Gerichtsmediziner Günther, gespielt von Michael Ostrowski, der im Laufe der Reihe einer meiner heimlichen Stars wird. So viel kann ich verraten. Was mich beim ersten Teil immer wieder fasziniert hat, ist, dass es gefühlte Ewigkeiten dauert, bis der Birkenberger mal überhaupt aufschaucht, oder? Ja, das stimmt. Da passiert ziemlich viel, bevor er ihn dann irgendwie in Kaufhaus besucht und mal so erzählt, was da eigentlich los ist. Das dauert ja schon ganz etlich, das stimmt. Ja, das kriege ich auch nicht mal genau zusammen, weil es ist schon zu lange her, dass ich Bücher gelesen habe, aber wie gesagt, der Rudi kommt ja auch schon bei Winterkartoffelgnödel vor. Und eigentlich ist ja das beim Dampfhundelplus, wo er dann halt als Kaufhausdetief quasi wieder trifft, halt das Wiedersehen nach dem Winterkartoffelgnödel. Von daher weiß ich nicht mehr, wie der eigentlich, also wie der im ersten Buch eigentlich zu diesen Ermittlungen hinzugezogen worden ist. Also das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Also für mich sind die Filme jetzt schon quasi mehr in meinem Kopf eingebrannt, als die eigentliche Story aus den Büchern. Aber ja, da ist ein Kaufhausdetief. Aber ja, es fuchst sich da schon nahe in den Job, aber eigentlich, oder darauf kommt Bock, also er hat auch an Franz eh ein bisschen übel genommen, dass der halt so quasi seinen Job behalten hat. Ja, das ist so. Er hat halt zu seinem Prinzip gestanden, wurde dafür gefordert, der Franz hat sich dann doch irgendwie entschuldigt und hat dafür halt nur Straf versetzt. Und da ist der Rudi eben, obwohl er im Hilfe, wo sie auch gute Freunde oder beste Freunde sind, bin ihm das, glaube ich, immer nachhängend, dass das so abgelaufen ist damals. Ich finde, der Rudi ist halt emotionaler als der Franz. Das merkt man auch immer, weil Rudi ja sich eigentlich nur eine Sache wünscht, nämlich, dass der Franz ihm auch mal sagt, du, ich mag dich. Und das passiert halt einfach nicht. Ich glaube, irgendwann muss der Rudi halt feststellen, es gibt eine, ich glaube, in der Psychologie gibt es so einen schönen Vergleich, du kannst nicht erwarten, dass du in einem Baumarkt Frischmilch bekommst. So ähnlich ist das, ist das, glaube ich. Baumarkt spielt auch eine sehr wichtige Rolle in Eberhof übrigens. Ja, da kommt unser Titel her, die Oma wird nicht geschoben. Das passiert aber nicht in diesem Teil. Wobei, das kann man auch erwähnen, die Oma ist Schnäppchen geil und hat Hörprobleme, aber nur dann, wenn sie nichts hören möchte. Das kann man auch erwähnen. Die Oma ist eigentlich der Hauptstar. Ja, und das ist in den Büchern noch sehr viel mehr ausgeprägt, dass die halt so ein Pfennigfuchser ist und halt dann halt sobald ein Angebot ist, dann werden alle Supermärkte abgefahren und das wird dann in Massengrößen gekauft. Dampfnudelblues hat natürlich noch einen Haufen anderer Figuren und die werden wir uns gleich noch kümmern. Was Dampfnudelblues aber natürlich auch hat, er hat eine Handlung. Und worum es geht, das klären wir auf. Und zwar dank der lieben Anna, die uns jetzt einfach mal die offizielle Inhaltsangabe vorliest. Dampfnudelblues. Gerade hat sich der Provinzpolizist Franz Eberhofer noch gemütlich eingereicht, da überschlagen sie die Ereignisse in Niederkaltenkirchen. Stirb, du Sau! Hat jemand, an die dir vom Realschirektor Höpfels in Rot ohne geschmiert und kurz drauf liegt derer Anodote auf dem Gleis. Selbstmord? Mord? Mit der bayerischen Gemütlichkeit das erste Mal rum. Stress pur für den Eberhofer Franz. Vielen Dank. Und wir stürzen uns auch gleich ins nächste Thema, jetzt wo wir wissen, worum es geht. Und zwar, ihr habt es schon gehört, es geht um einen Kriminalfall. Und Kriminalfälle werden uns im Laufe dieser Podcast-Reihe noch des Häufigeren begegnen. Und deswegen jetzt mal die Frage, wie finden wir eigentlich den Kriminalfall im allerersten Eberhofer-Film? Tatort Niederkaltenkirchen Der Film, der wartet nicht lange, bis es zum ersten Verbrechen kommt, denn das Erste, was wir im Film sehen, ist das Verbrechen, nämlich ein Graffiti. Ein brutales Graffiti in Niederkaltenkirchen beim Schuldirektor Höpfel heißt der Mann. Gespielt von unserem Kaiser. Ja, ist stimmt. Von Robert Palfrader? Palfrader, ja. Großartig. Und alleine die erste Szene ist goldwert, wie ich finde. Du siehst, wie Franz Eberhofer mehr so gelangweilt vor diesem Graffiti steht. Und da steht einfach nur Stirb, du Sau. Daneben ein aufgebrachter Direktor. Und es ist einfach herrlich. Der Film fängt an und da ist über die Hauswand mit roter Schrift so Stirb, du Sau. Und der herfällt daneben Ja und bla 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 und ist eh der beliebteste. Er ist halt auch Schulrektor und wenn man einen Job nicht gut macht, wird man auch sehr schnell unbeliebt. Und er fragt so so Ja, Mai. Vor allem ist das halt das müssten Sie als Polizist eigentlich wissen. Ja, aber bei mir schreibt die mal Stirb, wo du auch dich warst. Und dann lässt er ihn hüpfen, dass ich neben das Graffiti stelle, fotografiert ihm mit dem Graffiti. Und da habe ich das erste Mal gesehen, weil ich schon so Okay, ich glaube, mir wird diese Serie sehr gut gefallen. Sie wird mir sehr gut gefallen, weil das ist genau mein Humor. Und vor allem, das ist ja wirklich nicht einfach, also so weißt du, wie die Profis immer in irgendwelchen amerikanischen Serien so Tarot-Fotos machen. Da ist das so eine kleine Sony oder so. Ja, stellen Sie einmal da hier und dann hat er so eine Mini-Digital-Card und macht in der Opa-Foto. Der hat mich so komplett verstört, irgendwie so neben dem Graffiti steht und ich weiß, was abgeht. Aber es ist, es ist, es ist göttlich. Hier vielleicht noch im Vorfeld eine kleine Warnung. Wenn ihr den Film nicht gesehen habt, dann guckt ihn euch an, denn wir werden hier definitiv spoilern. Wobei ich auch sagen muss, ich finde, die Eberhofer-Filme sind jetzt keine Kriminalgeschichten, wo man jetzt so überrascht ist oder so viel, so viel geplottscht, bis es gibt. Die sind sehr geradlinig. Wir haben ja alle jetzt schon die Filme mehr als einmal gesehen. Ich finde auch, also das ist irgendwie faszinierend, auch wenn sie jetzt nicht diese, diese ganzen Kriminalfälle, die sagen, wie die komplexesten sind, aber die kann man trotzdem immer wieder schauen, weil es, weil sie so schön vor sich hin tun und man immer so eine Sparte mit den Figuren hat halt. Dass es auch immer weiß, was passiert hat, aber du kannst trotzdem Spaß haben mit den Filmen. Ja. Ja, es ist wirklich so, ich finde, dass, dass die Filme alle, die Kriminalgeschichte ist halt, sagen wir ehrlich, die ist zweit-, manchmal sogar komplett drittrangig. Es sind halt wirklich die Figuren und ihre Interaktionen. Es ist dieses Lokalkolorier, dieses Provinzielle, der Humor, der die Filme auszeichnet. Von daher, also ich glaube, ich habe auch zwei, drei Filme gesehen und wusste im Vorfeld schon, wer der Mörder ist, weil ich es irgendwo aufgeschnappt oder gelesen habe, aber das ist vollkommen egal. Ja, wobei ich aber finde, dass da eben in diesem ersten Film, Dampfnugelblues, dass da schon noch sehr viel Zeit auf den Mordfall eigentlich verwendet wird und generell diesen Mordfall dann die Geschichte schon sehr deep irgendwie ist, so mit der Beziehung, wo es dann nur so rauskommt und so weiter und so fort. Man muss auch sagen, dass sie ganz oft auch wirklich ziemlich düstere Themen haben. Das stimmt, ja. Also Themen wie Vergewaltigung gibt es ja manchmal auch und Missbrauch oder häusliche Gewalt. Häusliche Gewalt, genau. Und das ist ein guter Punkt, den Kathi der Anruhe, denn es gibt eine Sache, die mich im ersten Teil wirklich jetzt massiv stört. Das ist mit einem der Gründe, warum ich auch sage, der erste Teil funktioniert für mich noch am Anführungszeichen schlechtesten, weil es da einfach einen Zeitplot gibt mit einer Wertenfrau, wie heißt sie? Beischl. Beischl. Und die wird halt wohl, das erfahren wir regelmäßig von ihren Mitbewohnern, Ehemann, Bruder oder so, halt wirklich verprügelt und zwar auf das Heftigste. Und ich finde, dass der Film da einen relativ schlechten Job macht, weil der tatsächlich nicht krampfhaft versucht, aber trotzdem, der Eberhofer als Figur, finde ich, passt da nicht richtig rein. Ich verstehe das im Einzelnen, wo er sich dann doch sehr gut um sie kümmert. Wenn das ist, dass er, dass er sie riskant bringt und so, also das ist so für seinen Charakter dann doch so ein bisschen ungewöhnlich, wie sehr er sich dann darum um sie kümmert und schaut, dass sie dann zumindest Hilfe bekommen und so, weil das ist ja normalerweise nicht seine Art, sich jetzt um seine Mitmeldungen zu sharen. Ja, aber das ist halt also eine klassische Geschichte, da wird sie dann geschlagen, zeigt sie es auch und dann nimmt sie die Anzahl wieder zurück und dann ist es nicht zum ersten Mal vorgekommen und leider ganz gar nicht. Also ich weiß nicht, dass du auch meinst, mit dem das da auch ein bisschen alles, man denkt sich so, okay, vielleicht doch ein bisschen mehr einordnen, aber ich finde so für den Eberhofer seinen Charakter bringt das nochmal eine andere Ebene rein, also wenn er will und wenn es wirklich so ist, kann er auch. Mich wundert es ja eher, dass er halt das aber immer so durchgelassen ist, dass sie die Anzahl zurücknehmen und eher so hätte ich auch an Franz so den Charakter, dass er denen halt einmal so woartwürdig die Pistole auf die Brust setzt und sagt, Leute, so geht's nicht. Ja, also wie gesagt, es kommt halt diese Nachricht rein, da ist schon wieder was bei der Beische und dann ist seine Reaktion so, ach ja, mei, gut, geh ich halt hin und schade, ich wollte jetzt eigentlich einen Leberkäs essen, aber gut, dann business as usual und ich finde, dass der Film hat ja durchgängig eine sehr amüsante, auch ein bisschen spitzbübische Tonalität und dann kommt halt sowas und dann muss ich sagen, da finde ich, es entgleist er tonal ein bisschen. Es ist nicht so, dass er sich die Frau lustig macht, aber ich finde, ich hätte es nicht gebraucht und wenn das drin, also wenn sie es doch drinnen gelassen haben wollten, das war kein Deutsch, aber egal, wir reden hier eh über Eberhofer Film, da spielt Deutsch eh keine Rolle. Wow, okay. Ja. Es passte für mich nicht. Solche Entgleisungen, Entgleisungen in Anführungszeichen, gibt es danach nicht mehr so heftig, aber ich fand es im ersten Teil schon ein bisschen störend. Vor allem, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die Frau Beischel kommt ja dann nochmal öfters vor in den nächsten Teil und dann hat es ja mit so einer Rockergruppe zu tun und da wirkt das Ganze und natürlich hat es sie mit Flötzinger zu tun, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, aber das ist das, was ich nicht verstehe, weil es kommt ja danach ja immer noch, also in den A-Filmen die Frau Beischel immer noch vor und eben auch ihr Mann und also das ist ja aus meiner Sicht immer noch der Mann. Ja, also ich habe da ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht selbst gemerkt haben, okay, das mit der Frau Beischel, das hat im ersten Teil nicht so richtig funktioniert. Das glaube ich auch, ja. Das war ein kleiner Störfaktor und haben dann einfach das dann so zurechtgebogen, was ich auch okay finde. Aber ich finde es, im ersten Teil ist es wirklich die Sache, die mich am meisten stört und wo ich sage, boah, irgendwie es passt einfach nicht. Ja. Ich finde es auch ein bisschen, also ich habe halt wirklich das Gefühl und das ist mein großes Problem, ich weiß nicht, ob es wirklich so initiiert ist, aber bei mir wirkt es so ein bisschen, als ob sich der Film ein wenig über die arme Frau lustig macht, weil sie halt immer sich verprügelt wird und immer wieder zurückgeht, weil der Franz ja auch so reagiert so, ja gut, dann eben bis zum nächsten Mal und ich finde das irgendwie nicht so toll. Ich habe es jetzt nicht so empfunden, dass es sich ein bisschen lustig macht, aber ich kann glaube ich verstehen, warum man das so auffassen kann, aber ja, also ich kann das nachvollziehen, was du meinst. Ich verstehe, ja. Aber deswegen, also es ändert sich ja dann ab dem, ab dem Doppelknödel ist es dann auch anders, als ich mich hier erinnere. Ja, ja. Es ist schwer, es ist aber gerade, guck mal, da fühlt sich ein ganz anderes Leben. Ja. Aber gut, kommen wir mal zu unserem Hauptfall zurück, nämlich zum Rektor Höpfel, der ja dann vermisst gemeldet wird und dann bricht ja Franz in die Wohnung ein und tatsächlich ist der Höpfel dann aber noch am Leben und ich weiß auch, bei meiner Erstsichtung dachte ich mir so, hm, komisch, es müsste doch mal langsam irgendein Verbrechen passieren oder dreht sich der ganze Film wirklich nur darum, dass da jemand stirbt oder so auf die Wand geschmiert wird. Ja, das stimmt. Also auch, wie wir schon gehört haben, bis der Rudi kommt, dauert sie auch, was auch stark daran liegt, dass es ja auch sehr lang dauert, bis überhaupt mal ein wirkliches Verbrechen, was über Graffiti hinausgeht, passiert in dem Film. Ja, man muss ja sagen, er bricht ja, also wo es ein Brecher ist, zuviel gesagt, er bricht ja einmal ein mit dem Schlüsseldienst, weil der Höpfel verschwunden ist, da ist er dann dieser, so jetzt einmal, dieser Fremdenlegionär, der in die Gasse mal gegangen ist. Genau. Und dann, da nimmt er den Schlüssel mit und beim zweiten Mal, wo es dann geheißen hat, du, der Höpfel ist wieder da, geht er halt wieder hin und dann überrascht er in der Badewanne. In der Badewanne, ja. Ja. Wobei ich sagen muss, für mich war da schon relativ klar, wer der Täter ist, weil dann steht er da vor dem Schlüsseldienst, sagt so, ich kenne dich doch, ja, ich bin der und der, der Bruno, ich war bei der Fremdenlegion. Da dachte ich mir so, warum sagst du das? Oh, nein, ist der Täter. Irgendwie, also, also, ihre Kriminalgeschichten, die Eberwer Filme sind nicht besonders elegant. Aber das müssen sie auch nicht sagen. aber ich muss sagen, eigentlich ist er ja nicht der Täter. Ja, wollte ich auch nicht sagen. Ja, aber, also, gut. Er ist nicht der Täter. Der Täter, ja. Aber er hat ihn noch aufs Deiß gelegt, aber wir greifen voraus. Ja, wir greifen voraus. Ja, okay. Fassen wir zusammen, Höpfel lebt, nur um dann kurz danach doch zu sterben. Ja, und zwar für sehr unschöne Weise, ähm, er wird vom Zug überrollt. Ja. In der Nacht. Und da ein kleiner Funfact, ähm, der, der Werteherr, dieser Zugfahrer, der dann psychologisch betreut wird, ähm, das ist wohl der Drehbuchautor gewesen, beziehungsweise der Drehbuchautor der späteren Filme. Ja. Ja, der hatte einen kleinen Gastauftritt. Ähm, und ich muss sagen, das, also es gefällt mir wirklich gut, dass die ganz kurz halt mal zeigen, äh, wie es zum Zugführer geht, nachdem mir jemanden umgebracht hat. Ja, und ab in der Drehbuchautor sagt, wobei er ja da auch, ich hab ja auch das Gefühl, da versucht der Film auch wieder so ein, so ein klein bisschen, so ein Gag draus zu generieren, weil er sagt, der zweite in einer Probe, oder so ähnlich sagt er. Ähm, ähm, und ich hab noch einen Fag, ähm, der, also der Schauspieler, also der, wo diesen Zugführer spielt, äh, der spielt später auch nochmal in den Filmen mit. Das ist der, Okay. Äh, jetzt weiß er den Namen nicht, warte mal schauen, jetzt muss ich schnell mal schauen, wie der, der spielt, ähm, willkommen im Tele-Stand, die Professionalität schreit mir hier groß. Ja, Entschuldigung. Ähm, Stefan Betz, äh, Der spielt nämlich den Doktor. Ähm, Stimmt. Wie hast du, wie hast du, wie hast du, wie hast du denn der Doktor gleich wieder? Ähm, Ja, ich, ja, ihr seid live dabei. Ja, wir sind, wir werden es sagen, es ist so schön. Ihr macht es ganz toll. Ja. Danke. Danke. Ja, auf alle Fälle, der spielt nachher den, den, den Dorfarzt. So viel weiß ich. Der auch toll ist, das muss man auch mal sagen. Tschüss. So, also, ähm, Höpfel ist tot und damit beginnt jetzt der Kriminalfall so richtig. Ähm. Und man, man zieht zum ersten Mal den Gerichtsmediziner dann. Ja, auch von einem Bösen her gespielt wird. Eine Sache, wo ich mir auch denke, so, okay, das ist auch ein bisschen arschig, aber das war ja tatsächlich sehr lustig, weil es so böse war, ist, wenn sie einfach, wenn der Franz am Tatort ankommt, an diesem Gleisbett und ihm der eine Typ einfach den Kopf zuwirft. Ja, ja, Das ist auch okay, so geht, wäre der Tatort umgegangen. Wäre interessant. Ja. Und dann, äh, wie gesagt, Kathi sagte schon, kommt ihr Landsmann, Michael Ostrovsky, als Gerichtsmediziner Günther und, äh, ja, klärt den Eberhof halt so ein bisschen auf. Und ich mag Günther einfach, weil der hat diese trockene Art. Ja, vor allem, er hat diesen österreichischen morbide, die morbide Humor. Es ist halt ein Österreicher durch und durch von seiner Art her und von seinem, ähm, wie er im Eberhof, dass er auch dem Rudi dann auch erzählt, was da passiert ist und so. Der Job ist der Job und das passiert bei ihm halt im Job. Ja, ja, es ist so ein bisschen, also einer meiner Lieblingswitze ist, ist, äh, was ist ein typischer Österreicher? Ein Österreicher ist, wenn neben ihm, wenn neben dir jemand aufs, äh, aufklatscht oder auf dem Dach gesprungen ist, dann sagt der Österreicher, geh, ist schon August. Gibt's schon. Was? Äh, ist ne? Schuss. Äh, willkommen bei die Oma, nicht geschubbt, der Spaß-Podcast beim Telegramptisch. Wir haben gute Laune und lachen über alles. Okay. Das ist, das war so, okay, nein, egal. Ja, ähm, was passiert denn, nachdem dann der Höpfel ehrlich tot ist? Was, macht der Eberhofer als nächstes? Kommen, bekommen wir jetzt endlich Birkenberger zu sehen? Ist es endlich soweit? Ja, und ich finde, in einer sehr bezeichneten Szene, wo sie dann essen gehen, und das sind, glaube ich, also, ich finde, das ist einer der besten Gags in diesem ganzen Film. Es gibt zwei Situationen, wo der Rudi und der Franz essen gehen, und sie bestellen immer was unterschiedliches, und der Rudi kriegt immer irgendwas, was gleich ausschaut, wie hinschwiegen wir, und der Franz immer irgendwas, was richtig geil ausschaut, und dann beim nächsten Mal bestellt der Rudi das, was der Franz am ersten Mal gehabt hat, und er schaut wieder komplett beschissen aus, und schmeckt anscheinend auch so, und beim Franz schon wieder alles super aus, und das, finde ich, beschreibt die Beziehung zwischen den beiden und die ganze Konstellation sehr gut. Ja, tatsächlich hatte ich dann auch gedacht, das ist ein Running Gag, den sie öfters machen, ich glaube, im zweiten Teil taucht er auch nochmal kurz auf, aber dann wird er fallen gelassen, wobei das Essen sowieso eine wichtige Rolle spielt beim Überrober, da haben wir dann gleich noch eine kleine Sektion zu, aber ja, Birkenberger ist endlich da, und das Interessante ist, ich dachte damals, nur ausgehend von einem Plakat, dass Eberhofer und Birkenberger gleichgestellt sind, also auch was die Screentime angeht, dass beide gleich wichtig sind, und jetzt ist es halt so, nach gefühlter Hälfte des Films kommt der Birkenberger, und ich hatte nicht das Gefühl, dass der Eberhofer so richtig heiß drauf ist, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich finde das, so von den Screentern her, wird das in den späteren Filmen, so weit ich mich erinnern kann, glaube ich, besser, also, dass man in Birkenberger mehr sieht. Am ersten ist es schon so, ah ja, da hat Kauser-Detektiv ja so ein bisschen Plott vorantreiben, weil er halt doch irgendwie dann der Ambitioniertere von den beiden ist, obwohl er eigentlich nicht darf, und der Eberhofer darf eigentlich auch nicht ermitteln, weil das als Selbstmord eingestuft wurde, das ist der Tod vom Hörpfen. Und dann trotzdem der ist, der dann halt irgendwie den Gerichtswissenschaftler dann auch die Informationen abknöpft und dann auf eigene Faust ermittelt, oder doch mehr Elan zeigt, dass der Eberhofer ist eigentlich jetzt mal. Und die Nachforschungen führen ihn dann halt eben zu Bruno, einem alten Schulkollegen von Eberhofer, wie gesagt, Fremdenlegionär. Mit Schlüsseldienstinhabern. Genau, Schlüsseldienstinhaber. Und der Höpfel, das kriegen wir dann auch raus, der war homosexuell. und der Eberhofer findet ja dann auch raus, in, wer heißt das, Wolfis Schanze, Wolfis Würzhaus, wie heißt das nochmal? Ja, beim Wolfi halt. Beim Wolfi halt. Findet er raus, dank seines guten Kollegen Ignaz Flötzinger, dass der Höpfel in seinem Haus einen Pool hatte, aber der wurde bei der Besichtung nicht gesehen und dann wird klar, okay, es gibt da einen Geheimraum und tatsächlich findet man raus, oder der Eberhofer findet raus, und der Höpfel ist so einer der Marke Fifty Shades of Grey. Ja. Dahinter so einem Tischtennis, hinter dem Tischtennisblatt im Keller findet er noch einen Raum, der so einen Sexkeller hat, das ist dann so ein Sexkellerraum. Also mit Schule ausgestattet, gell, so ein Strafbock und so eine Tafel. Genau. Und dann ist doch, also dann schwingt doch auch eben der Sohn von diesem, von dem Brunnen sind auch verschwunden. Ja, er hat nur mal eine Leiche gefunden. Genau. Und dann wird auch, also dann sind wir schon fast am Ende. Also das Ende ist dann jeder von dem Brunnen wird dann durcherzählt, was passiert, wer der Täter ist. Da ist ja dann wieder der Gerichtsmediziner, der halt sagt, du, ich habe da eine Leiche. Und wo dann überhaupt das mal rauskommt, dass die Leiche halt wie so sagt, kann man das sagen? Er hat eine Leiche da mit dem Sperma vom Höpfel im Arsch. Wortwörtlich kam das im Film so vor. Und dann muss, Das kann ich bestätigen. Dann muss der andere erst einmal, oder meint, okay, wie ist der Name von einer Frau? Nö, ich habe nicht gesagt, dass das eine Frau ist. Ja, genau. Dann kommt halt raus, wer halt dieser Mensch ist. Der, glaube ich, ist ein Schüler und der heißt Marcel und dann kommt er raus, dass der anscheinend muss mit seinem Schüler hatte. Und der Marcel eben der Sohn von Bruno ist. Genau. Und, ja, aber ich möchte noch mal kurz zurückgehen, weil das zweite Highlight meiner in diesem Film für mich ist, wenn er in der Kopf, stopp, warte, warte kurz. Wenn du jetzt als Highlight anmerken möchtest, eine Verfolgungsjahr. Okay, gut. Ich wollte eher noch mal auf die, also der Eberhofer ermittelt ja schon ein bisschen und nämlich nimmt er sich dann halt die ganzen Schüler zur Brust, weil er war ja der Schuldirektor. Das ist glücklich, ja. Und da gibt es auch eine sehr schöne Szene, wo er halt dann immer so nach und nach jeden Schüler dazu sich holt. Unter anderem auch Max, das ist halt der Sohn vom hiebigen Metzger. Und so die erste Frage ist dann halt anscheinend die er jedem Schüler gestellt hat, wie war in der Verbindung zum, der Beziehung zum Direktor und da hat er so, ich weiß nicht mehr, was er sagt, aber der sagt halt zum Beispiel, der Höpfel war Wichser. Und der Eberhofer in seiner Lästigkeit geht so hinter, geht an die Tafel, hat so eine Strichliste mit Wichser und Arschloch und macht halt nur mal einen Strich bei Wichser. Ja, das ist auch, das ist sehr bezeichnend, wo dann hoch draußen so die ganzen Schüler auf Kreis stehen und da sieht man halt nur dieses eine Verhör und man sieht die Tafel mit dieser Strichliste und denkt, der Höpfel dürfte ein angenehmer Zeigenloss gewesen sein. Vor allem, und dann rufen halt auch noch der Wundercheck sein Chef und sagt, ermitteln Sie schon wieder. Ja, genau. Ich glaube, wir können den Kriminalfall dann einfach mal abschließen und zwar kommt halt raus, also dass der Bruno, der Fremdenlegionär, halt sagt ja, er hat ihn umgebracht und dann findet aber Rudi und Eberhofer raus, eigentlich war es nicht der Bruno, sondern es war Marcells Mutter. Ich hatte jetzt die falsche Erinnerung, dass der Bruno einen davon umgebracht hat, also es war beides, also es war nur Marcells Mutter, aber sie entscheiden sich dazu, nichts zu sagen, weil der Bruno freiwillig die Schuld auf sich nimmt, sodass die Mutter halt weiter in Freiheit leben kann. Und der Marcel ist auch nur Drogen, über das ist gestorben. Genau. Ja, und der Bruno hat durchaus vorher den Höpfel quasi so jetzt mal täglich angegriffen und versucht zu überreden, dass er die Beziehung zu seinem Sohn beendet. Ja. Ich habe gelesen, dass dem Buch es aber anders ausgeht. Weißt du da mehr, Theresia? Na, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Also ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich glaube schon, dass es im Buch dann auch, also einer von den beiden war es definitiv, aber ich weiß es echt nicht mehr, wie es ein Buch war. Zu lange her. Gut, dann lest das Buch einfach so und bildet euch ein bisschen. Lesen, bildet und tut euch gut. Sagt uns nachher, wie es ausbegangen ist. Genau. Genau. Schreibt es in die Kommentare, wo der Unterschied ist. Damit würde ich den Tatort in der Kaltenkirchen abschließen wollen. Und zwar, wenn wir hier beim Tätestopp-Geschön mit einer Wertung und zwar einfach, wie hat euch jetzt der Kriminalfall an sich gefallen und glaubt ihr vielleicht, dass es einer der besseren Kriminalfälle der Reihe ist oder vielleicht einer schlechteren? Wie seht ihr das? Kathi, fangen wir an. Wie du schon meinst, also es ist jetzt nicht der komplexeste Fall und es ist auch ziemlich schnell klar, wer da so vielleicht der Täter sein könnte. Ich fand den ganzen Anfang mit diesem Stirb der Sau, den ganzen Aufbau dahin, fand ich echt gut bis zum Tod vom Höpfel und auch, was sie dann mit dem Täter gemacht haben. Ich will jetzt nicht sagen, das ist einer der schlechten oder einer der besseren. Das ist für mich so ein durchschnittlicher Eberhofer-Kriminalfall. Ja, es ist schon auch ein Mordfall, glaube ich, mit dem sich eben in dem Teil oder am meisten Zeit gelassen worden ist oder halt einer der Filmteile, der sich am meisten mit dem Kriminalfall beschäftigt und es ist halt nicht so ein trotzdem irgendwie nicht so ein Standardfall, weil du hast hier irgendwie so eine homosexuelle Beziehung, dann noch so ein Sadomaso-Ding. Also es ist schon sehr düster, manchmal auch von der Stimmung her, aber ich finde, es ist jetzt nicht das Schlechteste. Ja, ich finde, das ist so ein Kriminalfall business as usual. Ich fand es halt einfach so, dieser erste Auftritt von diesem Bruno, das war schon so inszeniert nach dem Motto, okay, das hat jetzt so wirklich so Fernsehfilm-Vibes, Tatort-Vibes. Da kommt plötzlich eine Figur, die aus alterer Zeit und die ist auch noch Fremdenlegionär, weiß ich nicht, also das fand ich ein bisschen arg seltsam, hat nicht so richtig funktioniert, aber an und für sich ist der Fall absolut in Ordnung und ich glaube, wenn ich das vergleiche mit den Fällen, die da noch kommen, ist das ein sehr brauchbarer Fall, aber wir haben schon festgestellt, wir gucken die Eberhofer-Filme nicht wegen Kriminalfällen. Das kann man glaube ich nicht Wenn man solche Krimis wegen Kriminalfällen schauen mag, dann sollte man die Harder-Filme schauen, nochmal oder so. Ja, die sind tatsächlich sehr gut, da kommt glaube ich auch Simon Schwarz drin vor, der ist ja auch gebürtiger, der ist reicher meine ich, ne? Ja, der ist reicher. Ja, deswegen mag ich den so. Okay, und das sollte dann auch gesagt werden, ich finde, dass der Kriminalfall auch ein bisschen so wirkt, dass er so konzipiert worden ist, dass man so viel wie möglich der Nebenfigur noch mit reinbringen kann. Das stimmt, Und zu denen kommen wir jetzt, wir kommen zu unserer nächsten Kategorie und die lautet wie folgt. Der Rudi. und der ganze andere Haufen Nina Kaltenkirchen und Umgebung ist voll mit Nebenfiguren. Einige sind im Laufe der Handlung immer unwichtiger geworden, andere werden wichtiger und im Laufe der Reihe gibt es ein paar Figuren, die fast schon so, ja, heimlichen oder echten Stars aufgestiegen sind. Ignaz Flötzinger, Theresia, ist das ein Mann oder ist es ein Mann? Es ist ein Traummann, also Wahnsinn, also wirklich. Ich stehe auf Männern, die flaschendicke Brillen lesen haben. Er kann auch nichts dafür, dass er blind ist. Ja, also Ignaz Flötzinger ist halt, wie es immer so schön heißt, der ist für Gas, Wasser, Insolateur und hält sich halt für ein Geschenk Gottes an die Frauenwelt. Es ist, in dem Teil geht es noch, finde ich. In dem Teil muss ich auch sagen, gibt es keine Nebenfiguren, wo ich sage, die sind zu übertrieben, zu überzeichnet. Das kommt halt erst in den späteren Teilen und das steigert sich das. Da ist so eine Progression, finde ich, ist da. Wenn du mir im ersten Teil schon den Flötzinger aus Google aufgeschwader gekriegt hast, hätte ich dir gesagt, ey nee, sorry, das ist too much. Aber es steigert sich halt davon. Da muss man auch wieder sagen, also bei Google aufgeschwader ist halt auch wieder Buch und Film komplett abweichend. Aber ich finde es echt faszinierend, was auch die ganzen Nebenfiguren, was die alle für eine Wandlung durchmachen, in diesen Filmen. Also jetzt, wenn man sich nun Flötzinger dahernimmt, wenn man den jetzt eben in Dauphin bloß uns anschauen und daneben ist das Google aufgeschwader, was dazwischen alles passiert. Also das kannst du ja in, wenn du das als Charakterentwicklung irgendwo pitchst, sag den Leuten, ja, ist das so graug, dass du das machen willst. Man muss ja auch sagen, also der Herr Flötzinger hat halt alles Manko, er ist verheiratet mit einer Engländerin, mit der Mary und hat zwei Kinder, nämlich einen Sohn, Ignaz Finn und der Tochter, die Clara Jane. Typisch bayerische Namen. Und später kommt noch die Amy Gertrud. Das ist mein Lieblingsname, Amy Gertrud. Wenn ich einen Sohn habe, wird er so heißen. Amy Gertrud? Ja, genau. Ich habe schon gesagt bei dem Tat auf Hinterkartenkirchen, der Film macht einen guten Job, die Hauptfiguren vorzustellen. Es gab ja, als der Film entstanden ist, das war 2013, gab es hier schon ein paar Bücher und ich glaube, dass sie schon geplant haben in der Zukunft, dass es noch andere Filme davon geben soll. Deswegen ist es sehr gut, dass es hier, also es gibt glaube ich keine Figur, die in späteren Teilen vorkommt, die nicht schon im ersten Teil drin war, von den Nebenfiguren. Das machen sie wirklich gut. Es gibt aber eine Figur, die tatsächlich in keinem Film so richtig, wirklich viel zu tun hat. Das ist der Wolfi an sich gespielt worden. Der heißt der Max Schmidt, glaube ich. Ja. Wolfi. Das ist ja in Bayern ein relativ bekannter Schauspieler und Kabarettist, meine ich auch. Ja, der hat da so eigene Sendereien immer wieder. Ich weiß wirklich gar nicht, was er immer macht. Ich glaube, der ist auf alle Verletzte bekannt. Ich finde es geil, dass da steht, Max Schmidt genannt Schmidt-Max. Ja. Ja. In Bayern ist es mit dem Nachnamen gemeint, ist das Schmiedmarkt. Und der macht da so ein Magazin, das nennt sich Freizeit. Und da trifft er sich halt auch immer mit wechselnden, so jetzt mal Bekannten aus Film und Fernsehen und so weiter. und oder verwechselnden Neitzwerke irgendwas. Aber ja, er hat auch seine eigene Reihe. Da hat noch gesagt, wenn ihr die Chemie zwischen dem Sebastian Betzler und dem Schwarz mögt, die haben auch im Bayerischen Rundfunk eine Sendung, die heißt Grenzgänger. Da gibt es auch, glaube ich, alle Folgen in der Mediartikel und YouTube. Das kann man sich auch gerne angucken. Das ist ganz interessant. Ja, Serviceauftrag erledigt hiermit. Also ich finde halt, dass der Wolfi die Figur ist aus diesem Wolfi-Kosmos, weil die es ja immer im Wurzhaus treffen, die jetzt irgendwie nie so richtig viel zu tun hat. Aber ich finde es okay. Ich muss auch sagen, je öfter ich mir die Filme angucke, desto mehr werde ich Fan von einer Nebenfigur. Und das ist nicht der Flötzinger, das ist tatsächlich die Familie Simmer. Ja. Ich bin Simmerl-Fan. Ja, ich auch. Verstehe ich. Der Simmerl-Gespiel von Stefan Zinner ist der Dorfmetzger. Da bekommt der Eberhofer seine tägliche Dosis Cholesterin-Pet in Form in Leberkassammel. Intravenuersammel. Man muss auch bezeichnet, drei Barme to go. Ich liebe einfach diese Mischung aus diesem Bio-Varischen und diesem Englischen. Finde ich großartig. Ja, und unser Sohn ist ja auch. Also Simmerl ist ein Sohn im ersten Teil noch Schüler und auch so ein bisschen Träumer und ja, so ein bisschen ein verschlafener Typ. Und wird dann auch in den späteren Filmen wieder gehilfert vom Eberhofer und wird dann auch irgendwie so Dorfpolizist angelernt, was auch immer. Und das ist einfach also, das ist göttlich. Ich möchte eine Sache vorweggreifen, nur um das zu sagen, aber eines der besten Sachen, die die ganze Reihe je hervorgebracht hat, ist, ich nenne es mal die BMW-Krieg. Ja, das ist meine Lieblingsszene in Teil 4. Ich liebe es. Und vor allen Dingen, was der große Schock ist, also das kommt in den Filmen nicht so durch, aber Max Simmerl ist also zumindest Vegetarier, ob er veganer ist, weiß nicht, aber er ist zumindest Vegetarier. Wirklich? Das ist ja gar nicht gekommen in den Filmen. Das ist ja lustig. Das finde ich gut. Aber was ich halt geil finde am Max Simmerl, zum einen ist es echt total schön zu sehen, wie diese Figur halt vom ersten Teil so erwachsen wird und dann irgendwann auch Polizist wird und er nimmt ja seinen Job in dem späteren Film auch sehr ernst, manchmal auch zu ernst, außer er fährt nach Tschechien zum Feiern, aber er kommt dann später zu in den nächsten Teilen. Und er ist ja auch ein Verdächtiger in diesem Film und es kommt ja zu einer Verfolgungsjagd, zu Fuß, und die ist einfach so großartig, weil der Eberhofer halt kurz den Verdacht hat, dass der Max halt was gesehen hat, weil er vermutlich bei dem Gleisbett war, als halt eben der Höpfel gestorben ist und es kommt zu einer Verfolgungsjagd, die einen Laternenfall sehr abrupt endet, aber was ich halt so großartig finde, ist, wenn der Max dann so einfach losläuft und der Eberhofer so diesen Gesicht ausdruckt, und so, ach nee. Ja, es ist ja hinterher leid, es muss ja nach gar keinem Bock, ja, das ist, ja, es ist wirklich, also, die Simmerls sind wirklich meine Lieblingsfiguren, ich muss anbeschreiten, Lufscheißern, der wohl einen Simmerl spürt, der Stefan Zinner, ist vielleicht auch vielen bekannt, wenn sie immer Nuckerberg schauen, unseren bayerischen Starkbieranstich, wo dann einmal so dieses Politiker der Blecken ist, weil Stefan Zinner hat zumindest die letzten Jahre, seit diesem Jahr nicht mehr, leider, ich finde es sehr schade, hat Stefan Zinner immer an, so die Schöpfung in Stalberg, so viel schalt, an Herrn Söder gespielt, unseren bayerischen Ministerpräsidenten. Hm, okay. Und der hat das sogar sehr gut gemacht, wenn Heiner das immer noch die, die Western-Episode, wo er immer so an, an Seehofer loswendet, wo er uns sagt, du musst jetzt gehen, alter Horst, du musst jetzt gehen. Großartig. Okay. Habe ich, glaube ich, mal gesehen. Ich bin mir gerade unsicher. Aber ja, Stefans Zinner, großartige Performance auf jeden Fall als, nein, Zinner, ich komme immer zu Stefan Zinner spielt Simmer. Genau. Das ist ganz gut, machst du. Dankeschön. Dankeschön. Ich glaube, warum mir die Simmer so gut gefallen ist, weil die immer noch sowas geerdet haben und der Ignaz Flötzinger, der Flötzi, der geht halt irgendwann nur noch steil. Es gibt ja in späteren Filmen sogar ganze Traumsequenzen, wo er irgendwie rappt und so und das ist total amüsant und nett, aber irgendwie dann wird es mir dann doch ein bisschen too much, wobei ich greife halt vor und deswegen, wenn ihr, wenn ihr mit einem dieser Figuren, über die wir jetzt geredet haben, ein Bier trinken müsstet oder dürftet, welche wäre es? Oh. Also ich glaube, von allen Ebenfiguren so jetzt, ich glaube, fast mit dem Günther. Oh, ja. Ich schwanke zwischen Papa Eberhofer und Simmerl. Wobei, natürlich, Papa Eberhofer auch sehr lustig, ja. Okay, weil das war, das war mein Ziel. Ich wollte nämlich übergehen zum Hof Eberhofer und zu dem Papa, gespielt von Isi Gulb, weil das ist so eine tolle Figur. Ich weiß nicht, der ist so, der ist so gleichzeitig liebenswert und verschlagen und verschroben, aber auch so ein bisschen, wo du denkst, Alter, jetzt, jetzt, also, ganz schwer zu beschreiben, aber der Isi Gulb spielt ihn einfach richtig, richtig großartig und ich finde, dass der Eberhofer Senior im Laufe der Reihe mit einer der schönsten Szenen hat, weil er, obwohl er so anti-emotional oft agiert, die emotionalsten Szenen bekommt. Ja. Das finde ich toll. Und ich finde, ich finde ganz ehrlich, für Anzutrug in der Passung immer alle Freundschaften sind nichts gegen die Freundschaft von Papa Eberhofer oder Moracek. Oh ja. Stimmt. Ja, da kommen wir später noch zu und Moracek ist auch eine Figur, die im ersten Teil noch so, entweder ist er am Telefon und schnuppt sich die Nase mit Tabak zu oder aber er läuft so trottelig umher und schnuppt sich die Nase mit Tabak zu. Ja, genau. Aber das ist, aber das ist auch eine der Figuren, die auch relativ noch viel zu tun bekommen und auch weiter wächst. Ja, absolut. Und da muss man auch sagen, dass der Darsteller, wie heißt der gute Herr? Wie geht's? Zimmerschenit. Der ist ja. Genau. Da auch einen tollen Job macht. Da vielleicht die Empfehlung, es gibt diesen Film Weißbier im Blut, wo er die Hauptrolle spielt. Den fand ich da auch wirklich ganz, ganz toll. Und ja, Moracek ist top. Ich sag mal so viel mit späteren Filmen. Moracek ist in Sachen Schlafzimmermode, ganz voll mit Kapitel. Wir haben irgendwie bislang nur die Männer so richtig abgehandelt. Es wird Zeit für ein bisschen Frauenpower. Und da gibt's natürlich nur eine, nämlich die Susi, die im Büro des Bürgermeisters hat. Ja gut, also die Oma haben wir ja schon besprochen, aber die Susi fehlt halt noch. Ja, Susi, dann die Beischel, da ist es ja leider nicht so optimal gelaufen, wie wir finden in dem Teil. Ja, und die Oma natürlich. Dann gibt's auch die Oma und die Jessie. Das ist ja die Kollegin und beste Freundin von Susi, aber das ist auch nur eine Randentscheinung. Die wird in den nächsten Teilen, hat ein bisschen mehr zu tun, aber ist jetzt auch keine Figur, wo ich sagen würde, dass die eines Tages mal einen Wiki-Eintrag bekommt. Aber Susi ist wichtig und ich glaube, rückblickend ist Susi die Figur, die mir von allen Figuren am meisten leidtut, weil sie leider einen Typen liebt, der das nicht zu würdigen weiß, nämlich in Eberhof. Ja, und der, wie auch das auch gar nicht so richtig kann, glaube ich. Er ist halt, ich will nicht sagen, er probiert's, aber es ist halt schwierig mit ihm. Und dass sie dann nach Italien abholt, weil sie dort einen Italiener kennenlernen, der sie halt mehr wertschätzt als der Eberhof, hat er sich halt auch sehr viel selber zugeschrieben. Ja, er ist halt so der Typ, das tut er so vor, weil er lebt in der Gegenwart und so quasi schaut auf die Zukunft. Aber er ist eigentlich ja ziemlich froh, wenn sich einfach nichts ändert. Also er würde, glaube ich, schon gern mit der Susi so weitermachen wie bisher, aber Susi ist halt so, so quasi, sie möchte halt mal Nägel mit Köpfen machen. Sie liebt ihn zwar, sie möchte gerne schon irgendwie heiraten, Kinder kriegen und so weiter und da hat er halt überhaupt keinen Bock, weil er müsste sich ja ändern, weil er müsste sich ja eventuell aus dem Sauerstell ausziehen und da hat er halt einfach überhaupt keine Lust, sich da irgendwie in der Hinsicht irgendwas zu tun, weil so quasi, es passt ja alles, wie es so ist. Ja. Und er, also, er checkt es dann so kurz, wie sie dann wirklich halt Nägel mit Köpfen machen, nach Italienfahrt, checkt er da so kurz, dass es vielleicht scheiße ist und dann ist es halt auch schon zu spät. Leider, was es leider war, aber der Film endet ja damit, dass er nach Italien aufbricht, um seine Susi zurückzugewinnen und auch wenn ich finde, dass die beiden irgendwie ganz süß als Paar sind, gibt es, glaube ich, keinen einzigen Eheberhofer-Film, wo ich mir nicht gedacht habe, boah, Susi, lass den Typen doch einfach sein, das bringt doch einfach nichts. Absolut. Ja, du hast zu viel Besseres verdient. Weil ich glaube, sie ist ein bisschen, also, sie kann auch anstrengend sein, aber ich glaube, sie ist eine ganz Liebe und viele haben auch damit zu tun, dass sie halt leider immer noch was für einen Eheberhofer übrig hat und der halt so gar nicht damit klarkommen mag, was auch immer. Und du denkst immer so, Alter, lass den doch einfach stehen und such dir einen Besseren. sondern es ist, es kann doch nicht der einzige Typ dort sein, den jetzt schnell du haben willst. Der war anscheinend. Aber schau doch auf, wer ist da jetzt? Also, da ist der Franz eigentlich noch die beste Alternative. Ja, gut, ich stehe dann auch schnell. Ja, aber das ist halt der Original-Moment. Er ist halt halt der Romantischste. Ich meine, da gibt es ja eine Szene, ich glaube, die sind im Darmkmalbluster, wo sie jetzt gemeinsam im Bett liegen und er dann so sagt, du hast doch auch eine ganz schöne Stellen am Arsch. Ja, ja, und darauf ist sie doch halt logischerweise wütend aufbrechen und sie meint so, aber was ist los? Das geht so nicht. Aber er checkt das halt auch nicht, warum das nicht so geile, was er da gemacht hat. Das ist halt auch so das Problem. Und da ist halt alles, ich bin mir jetzt sicher, vorteinander am Ende vom Dampfvogel bloß nach Italien. Ja. Ja, okay, weil das Problem ist halt, das ist halt auch, ist jetzt wieder bei, halt dann halt Teil 2 vor Teil 1 zu filmen worden ist, weil also Winterkartoffelknödel war noch alles super, bei Dampfvogel bloß macht sie wohl auch in Italien, lernt den Italiener kennen und ist dann so Ende Dampfvogelblues, Anfang Schweinskopf, Al dente, dann eben in Italien. Jetzt haben sie es halt da so bringen müssen, okay, er fährt Ende Dampfvogelblues nach Italien, aber im Winterkartoffelknödel ist sie wieder da, nur damit sie dann wieder bei Schweinskopf wieder weg ist. Ja. Es ist ein bisschen doof, also die Story haben sie halt nicht so hinbieren können, also ganz. Ja. Ich würde den Eberhofer, aber nicht nur den Eberhofer, sondern ganz viele andere Figuren, auch seinen Vater, mit einer, mit einem Attribut beschreiben. Bitte. Ich meine das gar nicht mal so böswillig, aber die sind undankbar. Ja. Also überleg mal, was die Oma denen alles macht und wie die darauf reagieren. Das ist ja, die nehmen das ja alles so hin. Ja, ja. Die kocht ja wirklich für die Massen an richtig geilem Zeug. Es gibt keinen Eberhofer-Film, hinter dem, nach deren Sichtung, ich mir denke, nö, Hunger habe ich nicht. Im Gegenteil. Danach hast du richtig Hunger. Und ich bin sehr gespannt, weil Rera-Gurane, Rera-Gurane, wo die wir jetzt in der jetzigen Zeit noch nicht gesehen haben, da streikt Oma ja wohl. Und da bin ich sehr gespannt, was da passiert. Ja. Weil das haben sie sich jetzt auch mal verdient. Ja, erstens mal, dessen zweitens, also die Oma ist halt einfach eine Ewigkeit da. Also irgendwann ist die Oma halt auch aus anderen Gründen weg. Zwei Sachen, die ich noch gerne ansprechen würde zum Thema der Nebenfiguren. Das eine ist, dass in dem Teil, glaube ich, der Ludwig gar nicht vorkommt, sein Hund, was den Fans wohl nicht geschmeckt hat. Der ist jetzt im zweiten Teil wieder dabei. Und wir müssen noch kurz über zwei Sachen reden, nämlich Bürgermeister und Fußball. Denn der Bürgermeister, gespielt von Thomas Kügel und der Eberhofer, ja, ich möchte mal sagen, die haben ein etwas problematisches Verhältnis miteinander. Die mögen sich nicht so richtig und der Bürgermeister möchte, dass der Eberhofer als Dorfpolizist bei dem Fußballspiel ein bisschen für Ordnung sorgt. Da hat der Eberhofer überhaupt keinen Bock drauf. Wobei es gibt Würstchen. Ja, also wenn ich für Ordnung soll, hast du halt einfach auch auf den neuen Spitzestar von der Niederkaltenkirchener Mannschaft aufpassen, dass dem ja nichts passiert, weil der ist quasi hier dann unser neuer Messi. Ja, wobei, das habe ich, ich habe diesen Film jetzt glaube ich drei oder vier Mal gesehen. Ich verstehe es bis heute nicht. Wie viel Geld hat denn diese Fußballmannschaft? Weil es wird mir so verkauft, als ob dieser Fußballspieler wirklich der neue Messi ist. Aber seid ehrlich, Niederkaltenkirchen ist ein Kaff, da wohnen vielleicht tausend Leute, wenn es hochkommt. Also, das habe ich nicht ganz verstanden. Ist das wirklich so, dass so dieser provinzielle Amateurfußball wirklich so richtige Topstars hat? Ich kenne mich damit nicht aus. Keine Ahnung. Ich glaube, also keine Ahnung, es ist halt Kreisliga. Ich glaube, für die ist es halt ein Topstar. Also ich glaube, wenn du den jetzt beim FC Bayern hieftest, dann Wani würde da auch keine große Rolle spielen. Aber jetzt quasi für die Kreisliga ist das halt schon quasi im Vergleich zu den anderen wirklich ein sehr guter Spieler. Aber ich glaube, mit Topniveau, hier Champions League oder sowas, glaube ich, kannst du das trotzdem vergleichen, erste Liga oder so. Ja, also das habe ich nie verstanden. Aber ich bin auch, was Fußball angeht, bin ich halt auch komplett raus. Ja, ich habe das einfach so hingelogen. Vielleicht haben sie einen Sponsor oder so, der ihnen genug Geld gebracht hat, dass ich den einkaufen konnte. Keine Ahnung vom Fußball. Ja, dieser neue Fußballspieler kommt auch, glaube ich, den Teil noch ein paar Mal vor. Das Thema Fußball bleibt bestehen, ist aber nie so wirklich wichtig. Das ist Dorfkultur halt, wo halt jeder Wochenende am Fußballplatz rumhängt. Sowieso, also ich bin an und für sich kein Fan von so Dorfkultur, vermutlich, weil ich selber in einer großgeworden bin. Aber ich finde, dass die Filme da einen echt guten Job machen, diese Dorfkultur zu stellen, dieses Look, der Karl-Kollorie, das geht wirklich da voll durch. Und ich finde auch, dass Dump-Tool-Blues in der Hinsicht einen tollen Job macht. Wenn du den mochtest, dann bin ich mir sehr sicher, dass du auch die Nachfolger gut finden kannst. Ich finde generell, das hast du schon kurz gesagt, er macht einen guten Job, alle Figuren so einzufüllen. Du weißt bei jeder Figur nach Dump-Tool-Blues, was du so und die du bekommst. Du hast die Oma mit ihrem Sparfuchstrip und ihrem Gehör und ihrem Kochen und so. Und du hast die anderen Nebenfiguren, die alle ihre, also klar, die entwickeln sich alle weiter über die Filme. Aber du hast da eine gute Grundlage, auf der das alles passieren kann, was dann auch passiert. Und deswegen finde ich, dass du auch, das würde ich sagen, wenn der Erste nicht gefällt, dann, weil es wird nur noch schräger, dann werden die anderen auch nicht gefällt. Wenn dir die Erste taugt, dann müsst du beim Rest auch keinen Spaß haben. Ja, und man muss sagen, für das, worüber wir jetzt schon eine Stunde lang reden, der Film dauert halt nur 90, 91 Minuten. Also es ist nicht lang. Das schaffen wir. Und er ist sehr kurzzeilig. Das schaffen wir. Einer wird geschaffen. machen. Es ist ein Fußballspiel. Nein, ein Fußballspiel. Genau. Es ist ein Fußballspiel. Ohne Pause. Ja. Ohne Pause. Ja, das braucht der Eberhofer nicht. Ja, gut. Und ich glaube, wir könnten noch richtig viel und lange über die Nebenfiguren reden, aber wir wollen ja noch andere Podcasts zum Thema Eberhofer kommen. Deswegen sparen wir uns das auf und gehen zur nächsten Kategorie. Und jetzt wird's lecker. Hab eh so Hunger. Schmakofatz. Die Kulinarik von Niederkaltenkirchen. Schmakofatz. Es geht um die Kulinarik von Niederkaltenkirchen. Und wenn ich sage, die Kulinarik von Niederkaltenkirchen, dann muss es natürlich heißen, die Kulinarik von Oma Eberhofer. Natürlich. Es gibt, glaube ich, ich überlege gerade, gibt es irgendeinen Titel, der keinen Appetit macht? Okay, Schweinskopf. Seien wir ehrlich. Das ist so. Ja, okay. Das ist so. Ja. Aber das Essen, das sagen wir so, bio-warisch geprägt Essen, spielt durchaus auch eine wichtige Rolle. Im Dampfnudelblues nicht so sehr. Also wir haben ja schon diesen Running Gag angesprochen mit diesem leckeren Essen, was sich bestellt. Und der Birkenberger hat immer Pech. Und Dampfnudelblues, der Eberhofer bekommt mit einmal Dampfnudeln zum Frühstück. Und ich muss sagen, es sieht zwar lecker aus, aber so wie der reinschlingt, muss ich sagen, das sind Dampfnudeln. Da esse ich eine halbe von und bin sache. Also Dampfnudeln sind eines der leckersten. Sind Dampfnudeln? Es ist ein Hefetag, der dann im Topf halt da so gebraten wird oder dann unten so diese Schicht, die so knusprig ist. Boah. Es ist ähnlich wie die am Knudel. Ja, bloß bei Dampfnudeln ist es wirklich, das ist dann in so einem großen Topf drin, da sind dann bestimmt so 9 oder 10 Stück drinnen. Und dann kommt, glaube ich, es ist irgendwas mit Milch und Sahne und dann brutzelt das quasi auf dem Ofen. Also das heißt, die unterste Schicht ist quasi immer etwas, ja nicht verbrannt, aber halt knusprig gebraten. Okay, und die Dampfnudeln werden nur gekocht. Genau. Genau. Also laut Wikipedia ist es auch so, dass Dampfnudeln eine Abart oder eine Abart. Eine Abart. Ja, sorry. Ich habe Dampfnudeln als letzt als Kind gegessen mit Vanillesoße und das sind halt, das sind richtige Klopper. Also da isst du wirklich einen Halben und dann ist dein Magen aber auch voll. Aber ich muss sagen, was ich leckerer finde im Film, ist halt das erste, mal, wenn Eberhofer mit bester Laune seine Schreibtischschublade aufmacht und als Mann des Gesetzes da vor allem eines hat, nämlich drei Tuben süßen Semm und sich dann erstmal seine drei Leberkäse-Sammeln mit Semm vergoldet, natürlich mit Herzchen. Das ist so schön. Er zelebriert das richtig, seine Leberkäse-Sammeln. Ja, aber das ist glaube ich auch so eine Sache, die machen sie gerne im Film. Sie wollen ihn auch immer ein bisschen leiden sehen. Der dauert echt lange, bis er endlich mal zum ersten Bissen kommt. Ja, wenn wir ihn unterbrauchen, das ist auch so ein Running-Gag, oder? Er will sich genüsslich hin, macht seinen Lade auf, will den Senf, mal Herzl auf seine Semmeln, macht alle wieder zu, den Senf wieder zurück, nimmt die Semmeln genüsslich in die Hand, schaut sie mit verliebten Augen an, so wie die Susi noch nie angeschaut hat in seinem Leben und will reinbeißen und dann war er schon gesteckt im Büro oder so. Oder das Telefon läutet oder so. Oder das Telefon läutet, ja. Ja, das, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde am leckersten für mich war in dem Film jetzt wirklich die Leberkäse-Sammeln, wobei, Kathi, du bist ja Vegetarierin oder Veganerin. Was war für dich so, gab es für dich in dem Film irgendwas, wo du sagst so Schmackofatz oder war das mehr so, ja okay, nicht mein, nicht mein Kaffee? Ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben Dampfnudeln gegessen habe. Aber so Gärmknudeln sind ja schon was Geiles. Und wenn ich die da so anschaue, hätte ich jetzt immer Bock auf eine Schild zu fahren und Gärmknudeln und Vanillessoße zu essen. Also bei mir ist schon die Dampfnudeln das handelt und ich musste halt einmal an meine Oma-Dinger, die ja wirklich ungefähr, also nicht ein Cent, aber sehr viele Ähnlichkeiten hatten mit der Oma bis auf den Sparfimmel und die halt auch sehr gut kochen konnten und da gab es regenmäßig eben Dampfnudeln und Rohrnudeln und Dampfnudeln war immer ein Highlight und ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich habe da immer Minimum 2 gegessen, keine Ahnung, warum ich sie nachher überstreckt. Und bei uns gab es halt immer entweder Vanillesoße dazu und oder auch noch eingelegte Früchte, sowas wie Kirschen oder Bier nennen. Das war sehr lecker, ich habe es geliebt. Das klingt richtig geil. Ich kenne das auch noch so mit süßen Semmelbröseln oben drauf, so ein bisschen. Oder hier zu Ruhn, das ist echt nicht fach. Ja, wobei, es gibt doch, das ist per Messe sein, es gibt doch auch die Szene im Dampfnudelnblues, wo Birkenberger am Hof Eberhofer, Hofe Eberhofer zu Gast ist und von der Oma bekocht wird. Ich weiß gar nicht, was er da isst, aber ich finde, es ist Schweinsbrauen, ja. Aber so wie das Essen einmal aussieht, es sieht halt wirklich aus, so stellst du dir in Anführungszeichen Oma-Essen vor. Genau so. Schönes Essen immer und Kalorien sind eh scheißegal, wir kölnste die noch wieder schon alle in dem Wald. Und was wir essen, was die Oma hat, ist wirklich noch so ein zweites Mal so einen guten alten Holzofen. Da wo du halt wirklich mit Vorholz den schürst und es ist nochmal immer irgendwie anders dann mit so einem Ufer auch zu kochen, als mit dem, wo es wir so kennen. Ja. Das ist wahr. Was auch schön ist, diese Szene, Eberhofer Junior kommt aus seinem Saustall, geht in die Küche, da steht ein Topf, er macht den Topf auf, Topf ist leer und dein Gesichtsausdruck dann so. Ja, ja. Aber ich meine zum Essen undankbar, weil es dem ist halt für gegeben, dass ihm halt Essen am Herd steht oder so. Ja, das stimmt. War sonst noch irgendwas, was mit Essen zu tun hat, außer noch die Bratwurst? Ja gut, man kann halt auch noch sagen, die Essen, die da der Eber fragt, die wollen wir sehr gut ausgeschrieben. Das eine war halt Obratster, was auch, ich würde auch mal sagen, eine bayerische Spezialität ist, was ich auch sehr gern mag, weil es so mit Käse ist. Und das andere war Wurstsalat. Für mich als rein in der Obratster ist einfach Käserest in Mixer und auf dem Brot Es ist halt quasi mit wie heißt der Weißkäse, mit so Kommenbeer, wo du halt dann auch so mit Paprika und Zwiebeln und Gewürze den halt dann halt vermischt und dann kannst du das aufs Brot streichen, genau. Wobei, eine Sache, die mir aufgefallen ist, das war bei der, ich glaube, bei der zweiten Essensszene mit Birkenberger und Eberhofer, wo er den, Birkenberger, den Obratster hatte, da bekommt der Eberhofer ja diesen Bauern wo dann auch Feigen und Tomatenröschen und so Bauern Salami richtig, wirklich fein angerechnet. Aber für mich sah das so aus, als ob die da in einer Wurstbude sitzen. Und da habe ich mich wirklich gefragt, was ist das für eine Wurstbude, die sowas auftischt? Ja, vor allen Dingen, die stehen da irgendwo beim Olympia gelern und ich habe den Laden da noch nie stehen. Löwen, nichts als Löwen in diesen Filmen. Löwen, genau. Ja. Ja. Nee, also ich würde sagen, es gibt in den nächsten Filmen deutlich mehr Kulinarik zu entdecken, aber für den Anfang, auch hier, machen sie einen guten Job und deswegen müssen wir jetzt hier auch mal eine Wertung gesetzt und zwar, es heißt ja immer, wenn man etwas Leckeres sieht, dann fließt einem das Wasser im Mund zusammen und wie viel Liter Wasser hattet ihr im Mund nach der Beendigung von Dampfnotenblues? Würde mich einmal interessieren, dann Kathi, wie war es bei dir? Ja, das ist eigentlich das wirklich geilste waren die Dampfnudeln, das heißt, ich schätze so einen halben Liter. Okay. Würde ich jetzt ähnlich sehen, also ich habe dann gewusst, okay, jetzt zuerst eine Leberkässe und danach alles nachschnitt eine Dampfnudel. Ich muss sagen, ich glaube, am leckersten aussehend hat wirklich dieser Bauernteller, da hatte ich schon Bock drauf, die Leberkäse-Semmeln, ja, geil. Es gibt später in einem Film Leberkäse-Junkie eine Szene, wo der Wurst Dehova geschafft hat, mir Leberkäse zu vergrätzen, deswegen bin ich mit Leberkäse-Semmeln ein bisschen vorsichtig geworden. Ansonsten, ja, halber Liter, ich sage mal so, ich habe vielleicht so einen Dreiviertel-Liter gehabt. Okay, sehr. So, und damit sehren wir fast durch, aber es gibt eine Kategorie, auf die ich mich besonders freue, denn da dreht es sich komplett um mich und diese Kategorie heißt wie folgt. Was? Der Preis noch wissen wollt? Ja, vielen Dank nochmal an die liebe Anna und was der Preuß noch wissen wollte, bedeutet einfach, ich als Nicht-Bayer und auch Nicht-Österreicher und seien wir ehrlich, Österreicher und Bayern, das ist quasi das Gleiche. Das, ähm, im Oktober Bigus. Aufpassen, dünnes Eis. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. So ein bisschen wie Türkis ist auch nur hellblau. Also, es geht darum, dass ich jetzt hier final in dieser Podcast-Reihe euch beide oder hauptsächlich Theresia halt etwas fragen, was ich als Preuße, als Rheinländer nicht verstanden habe oder wo ich einfach Aufklärungsbedarf habe und, ähm, ich habe etwas gefunden und das hat aber tatsächlich nichts Biobarisches, es ist etwas Französisches und es ist mir aufgefallen, dass der Franz ganz oft Merci sagt. Also dieses, dieses Biobarische, nicht Merci, sondern Merci. Und ich wollte einfach mal wissen, ist das, warum macht er das? Ist das umgangssprachlich so üblich bei ihm in Bayern oder ist das einfach nur, weil es der Franz einfach gerne macht oder ist der Franz vielleicht in Wirklichkeit ein Franzosen und heißt Franz-Pierre-Eberhofer? Das war tatsächlich das, was ich mich gefragt habe bei der, ich glaube, mittlerweile vierten Sichtung von Dampfmüllblut. Ne, also das ist nicht nur jetzt so eine Eigenart von Franz und das gibt es auch bei mir in meiner Gegend. Also da wird sehr oft, also so als Dankeschön eben Merci gesagt. Okay. Also ist jetzt mir nicht unbekannt. Ich habe auch von einer Arbeitskollegin das öfters mal mal gesagt, das ist nicht so unbedingt in meinem Sprachgebrauch, aber ne, es ist durchaus, dass wir das quasi uns einverleibt haben, dieses Merci und haben dann quasi aus dem I ein E gemacht. Also ich dachte ja wirklich, dass es nur von Franz so eine Eigenheit ist, aber wenn das dann auch wirklich in Bayern so ist, dann okay, wieder was gelernt und damit wären wir durch. Das Fazit. Ich würde gerne noch den Film verorten, und zwar bewertungstechnisch. Problem ist aber, wir haben bislang nur den ersten Teil besprochen, das heißt, wir können jetzt nicht sagen, dass der irgendwie besser oder schlechter ist wie Teil 3, 4, 5, 6, 7, weil dann würden wir ein bisschen vorweg greifen. Deswegen einfach nochmal an euch die Frage, ganz klassische Bewertung auf einer Skala von 0 bis 10. Wo würde der Film bei euch stehen in einer Eberhofer-Skala? Also verglichen jetzt nicht mit anderen Filmen, sondern nur verglichen mit den anderen Eberhofer-Filmen auf einer Skala von 0 bis 10. 0 ist natürlich ganz schlecht und 10 ist, das ist der beste Eberhofer-Film, den es gibt. Theresia, wie sähe deine Zahl aus? Und da bin ich eher so ziemlich im Mittelmaß. Also so 5 bis 6 würde ich dem geben. Es ist ein guter erster Film. Wie du mir schon gesagt hast, er bringt alle Charaktere mit rein. Man merkt, wo der Hase hinläuft, also worauf dann vielleicht so in späteren Filmen in der Fokus gelegt wird. es geht halt auch mehr so um dieses klassische bayerische Dorf und halt eben die verschiedenen Typen, die sind, weil ich glaube, die Filme funktionieren eben auch so gut, weil, also auch wenn es natürlich jetzt spainisch ist, aber es gibt garantiert in ganz Deutschland irgendwie solche Ortschaften, die genauso sind wie eben in der Kaltenkirche und ich glaube, das macht eben auch den Reiz aus. Für mich gibt es bessere Teile von dem Film, aber wie gesagt, da kommen wir in den späteren Casts dazu. Von daher bin ich wie so bei wirklich fünf, würde ich mal behaupten. Okay. Kathi? So eine sieben, glaube ich. Ich mag den Anfang, ich mag, wie das alles aufbaut wird. Diese stirbte Sau hat mich, ich habe fünf Minuten Evo vor geschaut gehabt und hatte eine richtig gute Zeit, groß, das wird so gut weitergehen. Ich mag den, also ich finde das einen sehr guten ersten Film als Einstieg in die Serie, wie die Charaktere eingeführt werden, wie die Baseline einfach gelegt wird, dass man weiß, dass man warten kann. Der verspricht nicht so viel, aber er baut alles so auf, dass man die anderen weiterschauen kann und weiß, ob er sich einlässt. Und deswegen hätte ich so ein solides Sieben. Ja. Ich glaube, ich bin da zwischen euch. Also, im Kontext der Eberhofer-Reihe ist das ein sehr solider und guter Film. Es gibt wirklich Filme, die ich deutlich besser finde. Ich bin auf die weiteren Sichtungen gespannt und ich bin nämlich noch unschließlich, was für mich so, dass der in Anführungszeichen Tiefpunkt der Reihe ist, weil richtig schlechten Eberhofer-Filme gibt es nicht, meiner Meinung nach. Da wird sich auch, glaube ich, nichts ändern. Aber ja, ich würde auch so sehen, weil, ja, sechs, sechseinhalb von zehn einordnen. Wie gesagt, im Kontext zu den anderen Eberhofer-Filmen. Als Alleinstehen als Film ist das eine wirklich sehr schöne und solide Komödie. Ich finde halt, man merkt bei dem Teil noch sehr deutlich, dass der ein Fernsehfilm ursprünglich war, was die Optik angeht. Die späteren Filme sehen optisch wesentlich schöner aus, trotz allem guter, guter Start und ich hoffe, dass der gesagt jetzt auch zu diesem Podcast-Projekt, das war der erste Teil von Die Oma wird nicht geschubst, der Eberhofer-Podcast umtet ihr der Stammtisch mit der Kati, mit der Theresia und mit mir. Wir sagen Adieu, sagen Merci und hören uns in dieser Besetzung spätestens wieder, wenn wir uns um die Winterkartoffelknödel kümmern. Ich sage Tschüss und dann dürfen die beiden auch nochmal Tschüss sagen. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Podcast-Reihe und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus